Es hätte nicht schlimmer laufen können. Wir haben den schlimmsten Ort zum Drehen rausgesucht. Letztlich war das der Masochismusakt des Jahres. Jana, wie ist die Stimmung? War die Idee gut? Nee. Und dann hat der Dreh angefangen. Immerhin bist du ruhig geblieben. E-Mail, deine Hand weg. E-Mail, die Hand ist weg. E-Mail, kannst du die Hand rauslassen? E-Mail, E-Mail! Wir hatten eine einfache Idee, die wir richtig kompliziert umgesetzt haben. Warum kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Es ist alles einfacher mit Tipp. Du musst einfach nur die Zeitschrift ausschlagen oder auf die Seite gehen, dann hast du alles. Die gin